Musik Musik Der Haule und das Christkind sind wieder da. Ich grüße euch da draußen, schaut mal, der Paule hat da einen Jungen, das ist Paulus Christkind. Ja, der hat da so schöne Flügel dran, ja, weil, soll ich euch mal erzählen, so Christkind, ich muss dich mal da unten hinlegen. So, ich erzähle euch, der Paule erzählt euch, dass es heute ein neues Buch gibt, das heißt Elfigrün und das Christkind. Soll ich euch das mal zeigen, Paul holt mal, kleinen Moment, Paul holt das Buch, Paul holt das, hier ist das Buch, schweres Buch, schaut da, Elfigrün und das Christkind, ja, das ist da das Christkind, genau, Kinder. So, der Paule mal die Omi fragen, ob sie das schöne Buch hier vorlesen kann. Omi, Kathrin, kannst du uns das bitte vorlesen? Ich schlepp dir das auch zu dir. Oh, tschüssi, Kinder, tschüssi, bis später. Ja, hallo, liebe Kinder, hier ist Omi, Kathrin und ich werde heute wieder euch eine hübsche Geschichte vorlesen und wünsche euch recht viel Spaß dabei. Liebe Kinder, in meiner Reihe, schöne Bücher in der Vorweihnachtszeit gibt es heute ein Buch von der lieben Elisabeth Pfeffer und die feinen Zeichnungen hat die Sabrina Vinalek gemalt. Das Buch heißt Elfigrün und das Christkind. Dann wollen wir mal reinschauen. Elfie kniet auf ihrem Bett und blickt zum Fenster hinaus. Sie hat ihre weißen Feenflügel aus der Verkleidungskiste hervorgeholt und um ihre Schulter gebunden. Ungeduldig wartet Elfie auf das Christkind. In der Ferne flackert ein helles Licht auf. Ist es das Christkind, das auf dem Weg zu ihr ist? Da klopft es an der Tür des Kinderzimmers und sie wird aus ihren Gedanken gerissen. Mama sagt, mein Schatz, was machst du? Oh, wie ich sehe, hast du dich mit deinen weißen Flügeln hübsch gemacht. Ich bin ein Engel, erklärt Elfie ihrer Mama stolz. Aber dann wird sie ungeduldig. Mama, wann kommt denn endlich das Christkind? fragt Elfie mit trauriger Stimme. Da müssen wir noch ein paar Tage warten, erklärt Mama grün ihrer Tochter. Elfie wird traurig. Sie hat Tränen in den Augen. Die Mutter zieht ihr kleines Mädchen auf ihren Schoß und streicht ihr liebevoll eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Und nun erklärt Mama der kleinen Elfie genau, wie es in der Vorweihnachtszeit so geht. Mein Schatz, an den Tagen vor Weihnachten hat das Christkind sehr viel zu tun. Am Heiligen Abend besucht das Christkind viele Kinder und deshalb muss es viele Geschenke vorbereiten. In der Weihnachtswerkstatt wird den ganzen Tag gearbeitet. Aber manchmal kommt es vor, dass das Christkind die Kinder vor dem großen Weihnachtsfest heimlich besucht. Es erfreut sich an den weihnachtlich geschmückten Häusern und genießt den festlichen Duft, der in der Luft liegt, erzählt Mama grün ihrer Tochter und rückt sie ganz zärtlich an ihre Brust. Elfie sitzt mit weit aufgerissenem Mund auf Mamas Schoß und hört gespannt zu. Mama, kommt das Christkind auch bei uns vorbei? fragt das Mädchen ganz aufgeregt. Die Mutter überlegt einen Augenblick. So genau weiß ich das auch nicht, denn das Christkind kommt heimlich, still und leise, erklärt Mama grün ihrer Tochter. Mami, was ist denn ein festlicher Duft? will Elfie jetzt genau wissen. Mama schmunzelt, der wunderbare Duft von Keksen. Hmm, wollen wir Weihnachtskekse backen? schlägt die Mutter vor. Oh ja, jubelt Elfie vor Freude und stürmt in die Küche. Das Christkind wird den feinen Duft riechen und ganz heimlich bei uns vorbeikommen. Mama und Elfie machen sich ans Werk. Zunächst werden alle Zutaten abgewogen und miteinander verrührt. Mami knetet anschließend den Teig kräftig durch und rollt ihn auf der Arbeitsfläche der Küche aus. Jetzt ist Elfie an der Reihe. Sie hat bereits einige Keksausstecher zurechtgelegt. Zuerst mache ich Sterne, murmelt Elfie verglügt vor sich hin. Konzentriert sticht das Mädchen ein Keks nach dem anderen aus und legt sie dann behutsam auf das Backblech. Nach kurzer Zeit sind zwei Bleche voller Kekse. Die Mutter schiebt sie in den Ofen. In ein paar Minuten sind die Kekse fertig. Dann lassen wir sie kurz auskühlen und verzieren sie anschließend, schlägt Mama ihrer Tochter vor. Oh ja, mit ganz viel Glitzer, ist Elfie grün begeistert. Mit ganz viel Glitzer, wiederholt Mami und zwinkert ihrer Tochter zu. Elfie stellt einen leeren Teller bereit. Der ist für das Christkind, erklärt sie ihrer Mutter. Als der Teller voll und ganz herrlich anzusehen ist, trägt Elfie ihn vorsichtig in ihr Zimmer. Dort zieht sie den Vorhang zur Seite und stellt den Teller auf das Fensterbrett. Die Kekse duften himmlisch. Das Mädchen will gerade das Zimmer wieder verlassen. Da erstrahlt der ganze Raum in einem hellen, warmen Licht. Erschrocken dreht sich das kleine Mädchen um. Elfie sieht, dass der Teller auf dem Fensterbrett leer ist. Oh, die Kekse sind verschwunden. Langsam nähert sich Elfie dem Fenster. Sie kann es kaum fassen und reibt sich mit ihren kleinen Fäusten die Augen. Der Teller ist leer. Aber auf dem Teller liegt ein langes, goldenes Haar. Mama, Mami, komm schnell, komm schnell, ruft Elli aufgeregt ihre Mutter herbei. Sieh doch, das Christkind hat sich die Kekse geholt und ein Haar verloren. Das Mädchen zeigt ihrer Mutter das Haar. Tatsächlich, stammelt die Mutter erstaunt und betrachtet dabei das wunderschöne, golden glänzende Haar. Mama Grün nimmt ihre Tochter auf den Arm. Komm, lass uns zum Fenster hinausschauen. Vielleicht sehen wir das Christkind noch vorbeifliegen, schlägt die Mutter vor. Das Christkind hat Elfie Grün an diesem Abend nicht mehr gesehen. Aber das Mädchen weiß, dass das Christkind irgendwo da draußen ist und dass es Glitzerkekse liebt. Liebe Kinder, das war so wunderschön und ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch diese Geschichte noch öfter hören möchten. Dafür setze ich einen Link unter mein Video, wo man es erwerben kann. Und ich sage wie immer, bis zur nächsten Geschichte. Tschüssi, tschüssi. Tschüssi, tschüssi, tschüssi und bye-bye und freuen uns auf den liebsten Tag. Tschüssi, 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 tsch